Bist du jetzt meine kleine Ananas? Ja? Prima. Gucke, ist noch ein klitzelbisschen schief? So kleine Ananas. Bewege mal deine Flügel bitte. Ja, sehr gut. Nochmal. Super. Und nochmal. Okay. Funktioniert. Jawohl sind sie. Nicht ausziehen. Nee, nee. Ausziehen ist nicht so der Plan. Komm, wir machen schöne Sachen. Dann denkst du jetzt gerade nicht daran, ne? Kommen wir erstmal auf meine Schulter. Alle hopp. Prima. Na, schnuck kurz. Ist noch ein bisschen ungewohnt. Ja? Macht nichts. Ja, guck sie genau an. Gina nimmt jetzt auch mal gleich die Zwerge raus. Dann hast du ein bisschen da was zu gucken und bist ein bisschen abgelenkt. Okay, du Süßiebär. Du siehst sehr schick aus, du kleine Ananas. Wir probieren einfach, ob es funktioniert, ne? Wenn es doof ist, dann lassen wir es wieder. Prima machst du das. So, ihr kleinen Süßigkeiten. Jetzt gibt es gleich wieder was zu essen. Und ihr lenkt ein bisschen das IÖ ab, ne? IÖ ist ein bisschen in einer Windel. So, geht gleich los. Na, ihr Miki-Zwerge? Hallo, hallo. Wie seht ihr lustig aus? Ihr solltet was zu essen geben gleich, ne? Ja. So. Könnt ihr mal IÖ ein bisschen ablenken? Hallo, IÖ. Gucke hier. Zwerge sind draußen. Kannst du ein bisschen Hallo sagen gehen? Hm? Prima, mein Schätzchen. Machst du ganz toll. Wir fummeln uns da ein. Und essen kannst du auch, ne? Ja. So, ihr kleinen Süßigkeiten. Jetzt gibt es Jam-Jam. Und dann macht Gina mal eure Hütte ein bisschen sauber, ne? Ja, weil. Sieht lustig aus bei euch. Ja, ja, ja. Oh, rechstreck, rechstreck. Okay, so. Geht gleich los. So. Einmal da rüber gehen. Ja, machst du toll. So. Ja, platter, platter, platter. Dann tut ich's mal einmal drehen rum. Dann kann ich dich besser halten fest. Ja, ja, ich weiß. Du bist schon der oberfitte Mobilkeks hier. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Komm her. Kannst du auch gleich sein. Nach dem Essen. Ja. Ja, super. Stellgehalten. Nehmen. Okay, super gemacht. Weißt du, siehst du es ein bisschen anders. Aber trotzdem. Okay, Nummer zwei. Yummy. Pieps. Juhu. Immer hoppst du auf den Ruff. Das finde ich sehr merkwürdig. So, komm her, Schatzi. Einmal hier rüber. Noch ein Stückchen, bitte, danke. Für mich in Position setzen. Das wäre dann nämlich hier. Okay. Kusche auf. Silber. Ja, prima. Ein Stück. Schau, Leute. Okay, gut gemacht. So. Tolle Leute. Na ja, ist auch noch mal da ein bisschen drüber. So. Sehr schön. Wenn ihr jetzt hier nicht zu große Kreise zieht, dann dürft ihr da oben sitzen bleiben. Ja, genau da muss ich nämlich jetzt hin. Euer Matschepampenzimmer sauber machen. Mhm. So, wir nehmen das Ding hier mit rüber. Allihopp. Ih, nee, das muss ich auch sauber machen. Tut mir leid. Umplanung. Warte. So. Allihopp. So. Gut. Ich brauche das mal jetzt hier alles, ne? Jo. Wie ist es jetzt auf dich raufgeflogen? Ja. Du bist ein kleiner Rumpflitz. Okay, mein Schatz. Aber leider gilt auch für dich Safety first. Weißt du? Wir machen nachher große Auslaufrunde. Und jetzt gehst du da erstmal rein. Ein Tobi bitte für Einsperrung. So, komm her. Du gehst hinterher. Allihopp. So, und auch da rein. Miep, miep, miep. Popp ist mit rein. Dankeschön. So, ich beeil mich. Und ich mache hier Süßigkeiten. Das war's für heute.